Freitag geht's los. Der Erlebnisbauernhof öffnet die Tore. Wir sind sehr froh darüber. Heute sind die Kühe gekommen. Wir haben 15 Fleckviehtiere. Wir zeigen hier moderne Melktechnik von Lely mit einem Melkroboter, mit einem Fütterungsroboter und mit einem Spaltenreiniger. Ja, ich glaube das wird prima am Freitag. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr.